Stellencafé gut angenommen. Zum ersten Stellencafé kamen fast 70 Interessierte und nutzten die Chance, sich über berufliche Perspektiven und über Ausbildungsplätze zu informieren. Besonders nachgefragt waren Stellenangebote aus den Branchen Metall, Chemie und Dienstleistungen. Auch Tipps und Tricks rund um das Bewerbungsverfahren nahmen die Besucher des Stellencafés gern entgegen. Die Arbeitsmarktexperten informierten die Interessierten auch über die Online-Möglichkeiten wie zum Beispiel die Jobbörse. Das nächste Stellencafé findet am 17. März von 15 bis 17 Uhr im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur Dessau-Roslau-Wittenberg statt.